Wer sich in Fragen der Ernährung nicht mit komplizierten biochemischen Details belasten will, der bewertet Speise und Trank der Einfachheit halber einfach ganzheitlich. Da trifft es sich gut, dass als neuer Maßstab endlich auf das Klima auf dem Teller landet. Wir brauchen, so die Fachwelt, neue Empfehlungen. Empfehlungen, die, ich zitiere, noch deutlicher die Gesunderhaltung der Menschen und der Erde unterstützen. Professor Bernhard Watzl, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, nannte als neues Ziel die Planetary Health Diet. An ihr sollen nicht nur Mensch und Natur, sondern gleichermaßen auch Planeten genesen. Die drängendste Maßnahme, so der DGE-Professor, bestünde darin, die täglich zu verzehrende Menge an Nüssen zu definieren und dafür Fleisch und Zucker weiter einzuschränken. Commander Spock vom Raumschiff Enterprise hätte als Vegetarier bei seinen Reisen durch die unendlichen Weiten der Milchstraße vermutlich seinen Spaß daran gehabt. Für uns Irdische wäre es angesichts der Feuerhölle in Australien, in die unsere Zeitungen wochenlang frisches Schmieröl gossen, wohl angebrachter statt Nussmischungen, da mag es Spock, lieber etwas Saisonales zu empfehlen. Vielleicht gebratene Kängurukeulen? Ob sich wohl der Zorn des menschengemachten Klimagottes mit einer ganzheitlichen Planetendiät besänftigen lässt? Vermutlich nicht. Ernährung alleine genügt nicht, um die Brände in Down Under zu verhüten. Eine CO2-Steuer muss her, damit es wieder regnet. Doch dem Ministerpräsidenten Morrison ging der Guterat aus Deutschland kalt am allerwertesten vorbei. Unsere Presse schäumte. Wie viel Australien muss noch abbrennen, bis Morrison zur Vernunft kommt? Mit der Vernunft ist es so eine Sache. Die Australier wissen natürlich, dass ihre Buschbrände nichts mit der Klimahysterie und dem CO2 zu tun haben. Ich zitiere aus dem Magazin Spectator Australia. Eine satellitengestützte Analyse von 113.000 Bränden von 1997 bis 2009 bestätigte, was wir bereits wussten. 40% der Brände werden vorsätzlich gelegt und weitere 47% versehentlich. Einer älteren Studie zufolge verursachten Brandstifter sogar etwa die Hälfte aller Brände. Zusammen mit den Bränden durch Unachtsamkeit ergeben sie das gleiche Resultat. 87% werden von Idioten verursacht. Die restlichen 13% der Brände sind dem Blitzschlag geschuldet. Schließlich brennt nichts, weil die Sonne scheint. Kein Stück Holz, und sei es noch so trocken, entzündet sich von selbst. Dafür braucht es stets Funken oder Feuer. Die verheerenden Brände, die Flammenhüllen, entstehen im Umland der Städte und dann meist während der Ferien. Die heißesten Landesteile hatten eher weniger Buschfeuer. Dafür brannte es aber an der Küste im Nordosten. Dort war es kühler als sonst zu dieser Jahreszeit. In Regionen, in denen nur wenige Menschen leben, sind Brände selten und entstehen durch Blitzschlag. Was für ein Zufall. Aber wer weiß, leicht schwindelt die australische Presse ja. Gehen wir auf die Websites der Feuerwehr. Dort schlägt uns Empörung entgegen. Über jene Schlaumeier, die glauben, der Klimawandel sei schuld. Der Verband der Freiwilligen Feuerwehr in Australien erklärte, ich zitiere, Der wahre Übeltäter ist die grüne Ideologie, die sich gegen die notwendige Reduzierung des brennbaren Materials in den Nationalparks wendet und die Landbesitzer daran hindert, die Vegetation um ihre Häuser herum abzuholzen. In Australien wurde früher brennbares Unterholz beseitigt oder es wurden durch kleine kontrollierte Brände große Feuersbrünste verhindert. Aber seit der Naturschutz an erster Stelle steht, gilt der Brandschutz als unerwünschter Eingriff. Bereits 2013 gab es im Sunday Telegraph in Sydney einen Aufschrei, nachdem die Grünen den Farmern die Genehmigungen für Schutzfeuer verwehrt hatten. Dadurch wurde die Lage unkontrollierbar. Nun sammelt sich massiv Totholz an. Das brennt wie Zunder, gerade so, als ob man alle paar Meter ein Bezinkanister aufstellen würde. Die Bilanz der grünen Umweltpolitik? Mindestens 34 Menschen fanden den Tod, fast 20 Millionen Hektar Land wurden raubt der Flammen. Ebenso übertrieben wie scheinheilig, fragte das Magazin die Zeit, Feuer in Australien, das größte Artensterben der Neuzeit? Naturschützer Unken, vielleicht würde Australien ja bald verdorren und damit unbewohnbar. Das könnte denen so gefallen. Inzwischen ertrinken Teile Australiens in den Fluten, die wolkenbruchartige Regenfälle verursachen. Das Zündeln als politische Strategie, als Ökoterrorismus beschäftigt die Fachwelt schon länger. Feuerballons, also jene romantischen Himmelslaternen, die auch das Affenhaus in Duisburg abgefackelt haben, wurden schon vor 170 Jahren als Kriegswaffe eingesetzt. Es ist ein leichtes für Pyroterroristen, mit Himmelslaternen bei günstigem Wind und trockenem Unterholz in Naturschutzgebieten verheerende Brände auszulösen. Auf bewirtschafteten Flächen ist die Brandgefahr geringer. Dort wird das Holz geerntet und verrottet nicht. Satellitenbeobachtungen der NASA belegen, wie unaufrichtig die NGO-Propaganda ist. Diese Grafik hier zeigt, wie die Zahl der Brände weltweit kontinuierlich abnimmt. Seit 2003 sind sie um ein Viertel gesunken. Zudem, so die NASA, wird der Wald vor allem in Afrika ein Raub der Flammen. Dort lodern 70% aller Brände auf dieser Welt. Aufgrund der Brandrodungen sei Afrika der wahre Feuerkontinent. Interessiert aber niemanden aus der Klima- und Kohlendioxidfraktion. Dabei gäbe es eine elegantere Lösung als Schutzbrände oder das Beseitigen von Gestrüpp. Vor gut 30 Jahren wütete im Yellowstone Park in den USA eine mehrmonatige Feuerspons. Sie zerstörte ein Drittel des Naturschutzgebietes. Zunächst setzte man auf eine bessere Brandbekämpfung. Doch dann erkannte man, dass sie die Feuerwehr durch Rindviecher ersetzen ließe. Beweidung hält den Bewuchs kurz und verhindert so eine Verbuschung des Landes. Damit wird dem Feuer die wichtigste Nahrung entzogen. Seither produziert der Nationalpark zum Schutz vor Bränden saftige Steaks. Was also macht eine echte Planetary Health Diet aus? Eine ordentliche Portion Fleisch auf dem Grill. Und die tollen Nüsse der DGE können sie sich sonst wohin stecken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017